Musik Ob das Funk-Soul, ob das Free-Jazz ist, Bebop, Hard-Pop, die finden sich alle unter diesem Überbegriff Jazz. Und das ist ein weites Feld. Die Klassik ist mir zu eingeengt. Ich finde es toll klassische Musik, aber es ist mir eigentlich zu eingeengt. Ich stehe auf Jazz, weil der offen ist.